Wir wollen jetzt heute morgen gegen 8 Uhr zu einem halb versunkenen Lkw in der Straße gerufen. Wir sind hier vor Ort mit einem Telekran. 90 Tonnen Tragfähigkeit mit einem Bergungsfahrzeug, mit Rüstmaterialien sowie Ballast für den Lkw. Zur Zeit sind wir dabei den Kran um zu positionieren, da wir nicht genügend Tragfähigkeit haben. Also wir persönlich haben so einen Einsatz mit einer eingebrochenen Straße noch nie gehabt. Die Kollegen von dem Entstördienst haben zwar häufiger Wasserrohrbrüche, aber auch noch nie einen versenkten Lkw. Also schon was Besonderes.